wollen wir noch mal schauen wie kann man eigentlich agile reise agile transformation mit einer privaten oder mit einer geschäftlichen reise so als ziel mal so gegenüber stellen dann wollen wir das mal betrachten ja dann schauen wir uns mal an was wir bis jetzt für eindrücke gesammelt haben negative sowie positive die teilen wir mit euch und am schluss kommen wir dann noch mal unser und wollen unser fazit dann eben mit euch noch mal beleuchten so dann erzählen wir erst mal was bevor wir zu uns kommen wo kommen wir her über unsere firma resenius medical care wir machen es auch kurz 1912 gegründet vom dr fresenius in frankfurt er hatte die hirsch apotheke ich war ja wahrscheinlich ganz stolz mit seinem auto mittlerweile sind ein großer dax konzern hauptsitz in deutschland in badhomburg 130.000 mitarbeiter ihr seht recht die kennzahlen ich pick mal nur eine raus 17 milliarden umsatz im letzten jahr also wirklich ein großer großer konzern und dann gucken wir mal was wir so herstellen und an produkte haben also fragen gerne zwischendurch oder auch am ende soll jemand mitgebracht dass wir an produkten so herstellen hauptsächlich dialyse geräte die wir hier auf der linken seite sehen wir sind zwei geräte ganz links für eine blutreinigung wenn man eine niereninsuffizienz hat also das sind zwei hemodialyse geräte wie extra korporal außerhalb vom körper des blutreinigen daneben sieht man ein gerät für die peritoneal dialyse was als heimgerät ist wenn man zu hause die dialyse braucht wir verkaufen auch oder vertreiben filter schlauchsysteme und lösungen die man auch braucht wenn man so eine dialysebehandlung benötigt wir haben über 340.000 patienten die wir auch in über 4000 kliniken behandeln was wir jetzt noch nicht erwähnt haben wir sind nur also fresenius medical care ist nur ein teil von dem ganzen konzern der thomas hat uns gerade vorhin angesprochen dass in österreich in der gegend auch von der fresenius cabi gibt also es gibt verschiedene unternehmensbereiche wir kommen aus dem der diese produkte macht hier vielleicht noch eine challenge aus unserem alltag wenn es bei uns heißt so ein system hier so eine maschine zum beispiel immer gehen dann ist es nicht so einfach wie vielleicht woanders wir kommen gleich dazu wo wir herkommen woher habe ich nur software betreut jetzt hat man da viel mehr leute die in so einem team arbeiten weil da geht es um er hatte auch mechanik hydraulik elektronik und wir haben auch leute die sich mit biologie oder chemie auskennen oder auch mal ein arzt im team dem man irgendwas fragen muss oder ein architekt der genau weiß um was es da geht das vielleicht noch eine extra challenge in so einem unternehmen so wir haben keine kosten und mühen gescheut und wir haben euch eine dialyse maschine mitgebracht ihr euch jetzt gerne mal angucken könnt natürlich nur miniatur also einmal durchgeben einmal durchgeben bitte gut reden wir mal über uns zwei das foto ist entstanden nachdem wir bescheid gerecht haben dass wir hier reden dürfen wir haben uns dann so gefreut dass man gesagt okay jetzt müssen wir mal in die vollen gehen und unseren vortrag ausarbeiten als erstes haben wir gesagt wir wollten uns einfach jetzt mal vorstellen wer so sind und haben gesagt okay jetzt erstmal sturen lebenslauf hier runter rattern das interessiert ja nicht wirklich dann haben wir gesagt okay was macht uns eigentlich aus der jörg ich stelle es kurzen jörg wird er hat verschiedene hobbys er geht gern fahrrad fahren und rudert auch in seiner freizeit und ist genauso ein gamer und zu seinen besonderen skills also für mich ist der jörg zum beispiel mein mentor jörg ist länger im coaching bereich unterwegs und für mich ist einfach ein guter ja sparing partner und wir können uns auch gut austauschen genauso ist ein sehr guter trainer und deswegen sieht man hier dieses symbol mit diesem eher atomkraft zeigen er kann sich auch mal mit dem leadership mal so ein bisschen anlegen und denen war so ein bisschen die meinung geigen wenn es da hat auf hat kommt okay dann erzähle ich was über die kamen hobbys hat sogar ein paar mehr als ich hier angegeben angefangen vom snowboarding fangen wir mal hinten an was hier bei uns gleich ist es das wandern oder das radfahren dann hier du fährst motorrad schwimmst viel oder gehst aber ins gym besondere skills bei der kam sie so eher die kreative bei uns also was auf den folien so wie das aussieht das macht dann eher die kamen damit das auch gut aussieht ist immer super vernetzt strukturiert hat immer eine idee und das wonder woman zeichen so nenne ich es mal ganz rechts auf der seite habe ich ausgewählt weil wenn ich irgendwas brauchen irgendwas nicht funktioniert sag kam hast du eine idee kannst du mir noch helfen kriegst du das noch in deinen zeitplan rein und dann ist die kam da gut noch zu unseren agilen superkräften wir haben jetzt immer was gelistet als ein bisschen ausgebildet weil weiterbildung und bildung ist ja sehr wichtig gerade in unserem bereich wir sind beide mal in einem kann bahn kurs gewesen wir sind beide ausgebildete spcs und auch wie gesagt im scrum bereich auch gut sehr unterwegs und wie gesagt weitergebildet jetzt kommen wir noch ganz kurz zu unserer agile reise die jeder von uns persönlich gestartet hat also ich war zeit ich eigentlich arbeite immer im medizin umfeld unterwegs also immer medizin produktentwicklung und man hat eben damals angefangen das war 2015 dass man gesagt hat man möchte auf agile prozesse umspringen und da war ich eben einer von denjenigen wurde als erstes angefangen hat so gerade im agilen requirement engineer bereich dann sich schlau zu machen die prozesse mit anzupassen und dann letztendlich eine agile rolle mit zu übernehmen da war ich dann eben product owner von einem einer app entwicklung und bin danach zu fresenius gewechselt auch medizinprodukte unternehmen und da arbeite ich jetzt so ungefähr seit zweieinhalb jahren als agiler coach bei mir ist ein bisschen anders mit den branchen ich habe mal lange lange zeit also auch vor dem termin hier bei ericsson gearbeitet software entwickelt und habe dann hier auch als entwickler sogar angefangen mit scrum verschiedene rollen durchgaben master po und erger coach auch schon hier dann bin ich irgendwann in die reise branche gewechselt war bei amadeus wer von euch schon mal irgendwann eine reise gebucht hat habt ihr wahrscheinlich im hintergrund mit system von amadeus auch irgendwas wurde getan für euch und seit anderthalb jahren bin ich bei versenius medical care und ihr seht bei allen drei war ich jetzt coach und ja da bringt man ein bisschen was mit im reisegepäck was man dann schon als erfahrung hat so als erstes würde ich mal gerne diese überschrift vorlesen man muss reisen um zu lernen das ist ein zitat von mark twain das fand ich eigentlich sehr schön und wir wollten jetzt mit euch eben mal anfangen und mal zu schauen wie kann das eben abweichen wenn man eine agile transformation als reise sieht im gegensatz zu einer geschäftlichen oder eben privaten reise hier sieht man zum beispiel noch mal auf der jetzt rechte seite von mir hier ist so eine typische road map wo man eben sieht man fängt eben an mal so ein paar leute zu trainieren in agilen methodiken dann fängt man vielleicht an schon gewisse tools einzuführen und so weiter und da gehen wir jetzt eben mal drauf ein so mal eine frage an euch und dafür brauchen erstmal kein mikro einfach reinschreiben wenn ihr den kerl hier seht vielleicht hat jemand schon mal eine serie mit dem mensch gesehen was für ein zitat kommt euch in kopf englisch oder deutsch egal this is the way oder das ist der weg sehr gut vielen dank wir haben das auch mit dem weg und ziel das haben wir bei uns auch mit drin das hatte auch der philipp ja gestern morgen und heute morgen schon mit drin und wir wollen trotzdem auch noch mal drüber reden so auf diesem bildchen seht ihr mich das ist ein schwein für uns im unternehmen entstanden wir hatten dann so die idee wie startet man denn eigentlich eine agile reise steht man mit dem pappschild und hält hoch agil und was bedeutet es eigentlich bringt es mich von a nach b und hier noch mal entscheidend agilität soll es nicht eben das ziel sein sondern es begleitet uns auf der reise wenn wir uns ein ziel setzen sind wieder meinung das war auch gestern morgen die meinung über dem handheben die erinnert euch also was der philipp abgefragt hat war zum glück genau das was wir auch gesehen hatten und die präsentation haben wir schon vor zwei wochen eingereicht das heißt wir hatten noch keine chance das noch zu ändern und auf dem nächsten slide wollen wir mal drüber reden ihr arbeitet ja auch viele oder alle wahrscheinlich in einem unternehmen und ihr habt ziele und das unternehmensziel ist nicht unbedingt immer mit dem agilen vielleicht in sync und wir wollten mal unsere meinung mit euch teilen was davon was taugt und was nicht und das kommt auf dem nächsten slide ich fange mal an also wir haben jetzt auch mit bucket liste geschrieben also welche dieser ziele streicht das agile von der bucket list links haben wir die sachen aufgelistet die vielleicht gut funktionieren also bezüglich unternehmensziele und kann man die agil dann umsetzen wenn das wirklich ein ziel ist also kollaboration kommunikation und predictability oder vorhersehbarkeit sagen wir funktioniert gut mit agilität keine keine frage den value die größtmögliche wertschöpfung fünf kunden funktioniert auch super unserer ansicht nach oder unserer erfahrung nach talente fordern und fördern oder freude an der arbeit zu haben also wir haben ja einen grund warum wir zwei auch coach geworden sind weil wir daran spaß haben und weil andere spaß haben das funktioniert auch gut im agilen und vielleicht sehr sehr wichtig für viele time to market zu verkürzen das funktioniert auch sehr gut wenn man agil arbeitet gut hier unsere gelben schildchen wir haben gesagt was agilität von uns also wenn man sich entscheidet agile transformationen voranzutreiben und als argument zu bringen ja wir haben dadurch eine schnellere entwicklung oder eben niedriger entwicklungskosten ich meine ja wisst selber wenn ihr agile methoden einführt dann ist es am anfang ist es erstmal recht mühselig bis sich alle gefunden haben bis sich alle gesetzt haben und man kann dann nicht zum leadership gehen ja agil eingeführt wieso sind wir dann schneller billiger das ist ja nicht wie gesagt das wird zwar immer gern als argument genommen wenn man jemand fragt warum wollt ihr eigentlich agil einführen aber letztendlich beantwortet oder ändert es ja sozusagen nichts daran genauso wie alles läuft planmäßig gerade bei so einer agilen reise haben wir glaube ich alle der meinung dass man sich stetig noch mal anpassen muss stetig was verbessern muss oder ändern muss dass es für einen passt es gibt einfach keine karte der man strikt folgen kann sondern man muss immer nach links und nach rechts schauen wie es einfach funktioniert ok dann kommen wir noch zurück zum weg also was wir auf jeden fall sagen möchten ist wenn wir so einen weg begehen und ihr wisst hat mittlerweile gemerkt wir wollen die agile transformation mit einer reise ein bisschen gleichsetzen weil vieles passt da für uns wenn wir brauchen auf jeden fall ein bisschen zeit dass das was wir euch mitgeben wollen oder vielleicht könnt ihr das selber bestätigen aus eurer erfahrung und den geblick muss man zusammen beschreiten zusammen jetzt mit dem eigenen team mit management mit wer auch immer damit dabei ist das ist auf jeden fall was wichtig ist in dem grünen ja am anfang setzt man sich vielleicht ein ziel aber wir behaupten einfach mal selbst wenn wir das erste ziel vielleicht erreicht haben wollen in dem jahr so und so viele teams agil machen oder dieses und jenes schaffen die agile transformation oder die reise endet vielleicht nicht wenn man das erste ziel dann mal erreicht hat sondern eigentlich geht es auch weiter man muss gucken dass man das immer kontinuierlich ausbaut um dann vielleicht noch ein stück agiler zu werden abkürzung ich bringe mal ein oder zwei beispiele also beim agilen oder wenn man agil transformation hat wir kommen gleich auch noch mal zu anderen erfahrungen die wir teilen wollen gibt es ja immer mal dass jemand sagt ja du agilier coach du sagst wir brauchen in jedem team ein scrum master das können wir uns gar nicht leisten das ist ja geht gar nicht kann man das nicht irgendwie ändern vielleicht die ersten drei wochen sehen wir ein der homen sind externen und dann geht das doch so ne also wozu brauchen die den kerlnummer oder retros nach jeder nach jedem sprint oder immer hier im sprint ende was viel zu viel aufwand so viel zeit haben wir gar nicht müssen aber schaffen zwischendurch das halten wir für abkürzungen und die meisten abkürzungen die uns so eingefallen sind wie die zwei beispiele sagen wir die funktionieren nicht so gut aber wir wollten noch mal fragen und wartet gerne offen also meldet euch und wartet auf den thomas mikro ob jemand von euch eine idee hat was eine abkürzung wer die auch funktioniert welch mal gespannt drauf also was kann man gegenüber dem standard einführung was vielleicht so ein coach oder sonst kram master sagt das kann man abkürzungen was hat gut funktioniert vielleicht aus eurer praxis wir sehen keine meldung für die die uns zuhören und nicht den ganzen raum sehen okay vielleicht gibt es auch keine weil uns sind keine guten abkürzungen eingefallen es hat ja sein grund damit es so empfehlungen gibt aber wir haben gehofft vielleicht kann es jemand helfen gut gut kommen wir mal zu einer frage kommen wir wieder mal zum reisen wer von euch reist gern nach einem individuellen plan das heißt stellt seine reise komplett selber zusammen und geht nicht ins reisebüro bitte mal die hand heben sehr sehr viele okay dann bitte mal die wohl lieber ins reisebüro gehen und einfach eine pauschal reise buchen super so jetzt würden wir gern wenn sich jemand traut was sind zum beispiel deine gründe dafür warum du gern pauschal reist ja also ich habe zwei kinder sechs und sieben jahre alt und mit denen brauche ich nicht viel planen also wenn wir uns da schlösser anschauen oder tolle sachen in der landschaft das interessiert überhaupt nicht die wollen pool die wollen ein schönes frühstücksbuffet da muss waffeln geben und dann sind die glücklich und wenn sie glücklich sind bin ich auch sehr gut sehr gut haben wir hier noch jemand der gern individuell seine reise planen und die kurz eben erläutern warum er das gerne tut danke thomas also ich habe auch zwei kids neun und sieben und wir haben unsere letzte reise mit ihnen gemeinsam geplant wo man einfach sagt okay was wollt ihr eigentlich tun und das coole bei der individuellen reise ist dass wenn halt am tag wo man vielleicht dicks machen weil die kinder gesagt können wir würden gerne die dann einfach sagen weil wir haben keinen bockdorf wird gern was anderes machen die freiheit und das ist eben das stichwort die habe ich halt bei der individuellen reise meiner ansicht nach eher super vielen dank noch ganz kurz ein paar impressionen von mir also das auf dem bild übrigens danke ja also auf dem bild da war habe ich eine reise geplant da bin ich einmal um dies land rum und da habe ich wirklich komplett wie viele kilometer sind was für ein auto brauche ich wo kann ich anhalten was brauche ich alles zu essen keine ahnung und schon allein dieses dieses gefühl ich beschäftige mich mit dem land ich erfahre was darüber und intensiv das ist gesagt im reise bevor das ist auch schön wenn man eben ein komplettes paketchen kriegt man muss sich nichts mehr denken braucht sich nach dem bus oder einen flieger und los geht's deshalb beide seine vor und nachteile so kommen wir mal auf die nächste seite jetzt machen wir wieder mal das mapping wir haben uns mal überlegt was spricht eigentlich dafür wenn man also commerce mal dazu wer arbeitet nicht nach einem bekannten framework und hat sich selber was überlegt moment stopp thomas bist du schnell und dann hätten wir noch jemand arbeitet hier jemand nach dem framework wo hier steht oder auch ein anderes oder ein anderes auf jeden fall mehr hände sehen wir die im framework arbeiten als die die individuell agil arbeiten aber nur wenige hände gesehen okay thomas kannst du mal kurz würdest du uns mal kurz die oder was du machst ja also wir machen eine individuelle software entwicklung und wo die kunden auch sehr viel mitspracherecht haben wo wir natürlich aber auch teilweise auf die kunden warten müssen und wenn wir sagen also wir haben es probiert mit scrum es hat einen strikten zeitplan man sollte sich daran halten damit es wirklich gut funktioniert und es geht mit dem zeitplan einfach nicht das heißt wir müssen wirklich schauen dass man da noch individueller auf die kunden eingehen weil wenn die halt jetzt drei wochen für eine entscheidung brauchen dann brauchen sie es halt ist so und dann macht man jetzt nicht streng nach am framework aber wir haben natürlich viele elemente drin die halt einfach für uns sinn ergeben aber ihr habt euch was überlegt und ein modell zusammengebastelt nachdem ihr jetzt arbeitet genau zu ausgründen ja ja gutes beispiel danke sehr gut haben wir jemanden der nach dem framework arbeitet der kurz beleuchtet warum er das gerne tut und warum er sich dafür entschieden hat nach diesem framework zu arbeiten gibt es da jemanden oder auch nicht unbedingt er oder sie selbst sondern auch die firma hat sich dafür entschieden und ihr wisst warum hat eure firma das gemacht zählt auch da vorne thomas also mein team selber arbeitet noch scrum wir nennen es auch ein bisschen scrum butt wir haben regulardeutsche deadlines gegen die wir arbeiten müssen und auf der anderen seite versuchen wir das team bei uns im bereich zumindest mal okr einzuführen um ein bisschen fokussiert voranzukommen weil wir merken wir schweifen halt mit den daily operations tätigkeiten immer ein bisschen ab und die strategischen dinge hinken dann immer ein bisschen hinterher super auch ein beispiel wenn ich wenn ich richtig raus gehört habe wo ihr kleinigkeiten noch anpasst und nicht alles ganz starr das kann man gut dann haben wir noch mal so aus unserer sicht überlegt welche erfahrungen hatten wir und wollte noch mal so ein paar sachen gegenüberstellen ihr seht hier in wieder wollte ich die eigene oder wollten wir die eigene herangehensweise dokumentieren hier und das grüne sind jeweils die standard frameworks oben sieht jetzt noch mal ist speziell jetzt meine erfahrung mit was ich so zu tun hatte also mit skram und kann man sehr lang mit selbst seit 20 17 20 18 und die eigene herangehensweise würde ich jetzt kam es einfach mal nennen weil ist zwar auch dokumentiert auch vielleicht nicht so standard und spotify ist für mich dasselbe habe ich jetzt auch in zwei konzernen erleben dürfen die sagen wir machen spotify und dann haben halt ein paar einschränkungen dadurch vielleicht und die wollte ich hier unten auch noch mal dokumentieren also für mich persönlich ist es so wenn man was eigenes macht sollte man nie und man versucht es größer auszurollen ihr habt es mitbekommen ich habe jetzt in mehreren konzernen gearbeitet sollte man nie unterschätzen den aufwand um das zu dokumentieren wie arbeiten wir den agil für viele hundert oder tausend leute oder wie roll ich denn meine trainings aus in meiner firma vielleicht mache ich erst mal das kästchen hier dann gegenüber dem gegenüber ist halt wenn ich ein standard framework nehme dann habe ich eine doku dazu sei es nur der scrum guide oder sei es keine ahnung eine riesen safe seite und vielleicht habe ich auch standard trainings die ich intern geben kann oder nicht mehr außen buchen kann ich kann jedes kam training buchen ich kann sogar master training buchen kann vielleicht eigene safe trainings geben wie auch immer in der firma noch ein hinweis was ich auch gemerkt habe was oft missverstanden wird finde ich heute immer noch eigentlich gibt es das spotify modell nicht ich treffe immer mal leute die sagen warum machen eigentlich nicht spotify sage ich okay zeigt mir mal die doku dazu ja die und die bank hat auch schon spotify gemacht sage ich ja habt ihr mal gehört was der hendrik nieberg dazu sagt er das mal ursprünglich erfunden hat der sagt nämlich macht es lieber nicht dass es irgendein genau zu dem moment haben wir mal dokumentiert was wir in spotify gemacht haben da gibt es diese zwei videos von anfang der 20-10er viele leute haben versucht es nachzuahmen oder zu machen und es ist aber auch nicht dokumentiert da sind ein paar ideen dabei paar begriffe die man übernehmen kann ich habe zum beispiel auch wie gesagt im spotify modell gearbeitet ist weil viel arbeitest zu dokumentieren weil man nimmt vielleicht nicht alle begriffe da draußen so man findet nicht kein standard das als nur mal als hinweis bekommen zwar noch auf einer folie zu den paradiesischen ausblick aber eine sache wollte ich noch erzählen in 20 19 hat meine firma safe gemacht und kamen vorgesetzte auf mich zu sagt wir arbeiten ab zwar in zwei wochen zusammen mit einem anderen also wir arbeiten als supply mit einer anderen firma zusammen die haben vier oder fünf teams die arbeiten schon zusammen und die brauchen uns als sechstes team und in zwei wochen geht's los und wir haben so ein planungs wie diesen großes mit den pi klappt das sagt lass probieren dann habe ich mich an dem nachmittag noch mit dem agile coach von der anderen firma getroffen und zwei wochen danach hatten wir wirklich ein pi planning und das hat super funktioniert warum weil wir halt kein eigenes modell hatten sondern alle haben die gleichen vokabeln gehabt das heißt niemand musste irgendjemand anders erklären was ist ein pi event was ist eine iteration und so weiter hat dieselbe sprache gesprochen das vielleicht noch mal als gutes beispiel was durch die nutzung von standard framework auch rauskommen kann so jetzt kommen wir mal kurz zu unseren brief gründigen einblicken aus der realität also das ist eine fiktive firma die firma wunschtraum was uns so in der realität begegnet ist wenn man zum beispiel mit der qa sprechen und sagt okay man möchte agile prozesse in dem medizinumfeld einführen dann geht es um gottes willen das geht ja gar nicht wir haben zu viele regularien wir müssen zu viel erfüllen zu viele meilensteile die prozesse lassen das dazu die sop geht nicht das war so eine kernaussage doch auch im medizinumfeld bei der medizinproduktentwicklung kann man auch agile prozesse einführen und man ist genauso in der zulassungsphase wie in einem normalen wasserfall modell dann haben wir unseren hans peter das ist unser ceo von der wunschtraum company der sagt ja weil mir von oben kommt das ziel wir führen jetzt agil ein wir machen eine agile transformation aber dann doch nicht so ganz sobald zum ferns leadership geht das leadership soll sich verändern vielleicht auf einer gewissen ebene nee nee das wollen wir nicht unten bitte alles aufräumen aber oben bleibt dann haben wir jedoch die heiterung diese entwicklerin die sagt hey ich habe schon so viele meetings jetzt soll ich noch in agile meetings reinspringen in dailies in retros und weißt du was man macht zum beispiel den fehler man hat alte meetings mal diese weekly mal die one on ones und setzt noch alle agilen meetings die im framework bieten noch oben drauf es ist ja klar dass keiner mehr zeit zum arbeiten hat weil er nur noch im meeting sitzt den fehler haben wir eben auch schon miterlebt dann haben wir noch hier den christoph gruber der ist tester der hat schon mal was von agilität gehört hat schon mal was von scrum gehört und kann damit gar nichts anfangen und hat nur gehört dass es nicht läuft also schon dieser haltung dass man sich verändern will die dafür ist man gar nicht offen man will eigentlich eher stabiles arbeiten man möchte vielleicht von oben herab sehr richtig was man zu tun hat und deswegen ist mir vielleicht gar nicht so offen weil manchmal angst hat vor einer neuen arbeitsweise dann haben wir ein jörg sein lieblings beispiel jemand projektleiter dass eine agile transformation eigentlich als projekt angesehen wird dass man sagt okay in zwei jahren sind wir agil transformiert und dann ist ende gelände danach sind wir fertig projekte ist gut dann haben wir die paradiesischen ausblicke die wir versprochen haben haben vielleicht auch zu viel versprochen aber damit meinen wir das was wir miterlebt haben was auf jeden fall dazu beiträgt dass so eine agilie transformation dass diese reise spaß macht und funktioniert dafür haben wir die vier blauen kästchen mal gemacht und wichtig ist wenn wir von links losgehen wir haben commitment vom management es hilft auf jeden fall immer dass wir top down die unterstützung haben haben vielleicht eine aufbruchstimmung dass wir was tun wollen dass es klar ist hey wir müssen was ändern wir möchten was verändern und das management und vielleicht auch hr als wichtige partner sind mit im boot wir haben solche leute gestern der kollege von der a1 wo sein vortrag gehalten fand ich auch gut es gibt coaches die einfach sich auf die bühne stellen sagen hey wenn ihr eine agile transformation startet diese vorteile habe und reist diese leute einfach mit oder auch gerade diese agilen rollen egal ob das scrum master ist oder ein product owner wo einfach für die sache brennt also umso positiv gestimmtere leute hat die eben in diesem wandel mit laufen umso besser läuft es eigentlich unserer meinung nach ja beim zweiten will ich vielleicht noch mal rausheben selbst wenn man management involviert haben du hast es eben auch schön gesagt kam schon da kann ja sein menschen sagt ja agil alles klar macht mal ich habe damit aber nichts zu tun mit meinem management team das sind nur die entwicklungsteams oder so das hier würde ja management treibt die transformation und fragt das anders werden muss dass es das was wir eigentlich haben wollen nicht nur die sagen jo dürft ihr mal alles klar ich habe hier habt ihr budget kauft euch drei externe stellt zwei gramm als eine gut ist ne eigentlich wollen wir das die mit daran arbeiten sonst wird es nichts zwar die rollen hast du schon gesagt kamen und die begeisterten natürlich auch genau und hier vielleicht mal zusammenfassung also wenn man es nur versucht von als gras wurzelinitiative von unten agil reinzubringen geht auch kann spaß machen irgendwann stößt man meistens irgendwo an eine grenze dass man sagt okay jetzt habe ich hier die schnittstelle zu anderen teams und wenn keiner das versteht und keiner auch so arbeitet dann komme ich vielleicht nicht so toll weiter kann auch spaß machen aber es hat vielleicht wenige erfolgschancen wenn ich jetzt was größeres transformieren möchte wenn ich nicht den support von oben habe so hier haben wir noch mal was aus dem agilen manifest des prinzip nummer acht wir wollten noch mal auf die reisegeschwindigkeit von zu einer privaten reise und vielleicht zu einer reisezeit in der agilen transformation wir haben da hier so ein beispiel also wir haben hier das beispiel freud fahrt wir haben beide schon mal eine gemacht wir haben beide gesagt das ist eigentlich für uns nichts weil es zum teil zu schnell geht das ist nicht gemünzt wie schnell das schiff wird sondern es geht darum man wird irgendwo hingefahren mit für ein paar stunden irgendwo raus gelassen und dann hat man zeit dieses land zu entdecken und das ist geht vielleicht zu schnell vielleicht braucht man einfach ein bisschen länger um sich gewisse sachen anzugucken und zu entdecken deswegen ist für uns ist eventuell zu schnell dann im gegenzug haben wir dann hier diese pauschal reise wo man jetzt zum beispiel sagt okay ich bin zwei wochen am strand von mexiko und habe alle zeit der welt irgendwas zu tun das ist dann der unterschied das ist dann vielleicht zu langsam zumindest habe ich das gefühl ich habe zur urlaube auch auf der rechten seite wo ich wirklich nur zwei wochen am strand lag früher gemacht und heute würde ich das nicht mehr machen aber das ändert sich vielleicht auch über die zeit genau und wir haben noch mal das achte prinzip aus dem agilen manifest dem gegenüber gestellt was ich eine lange zeit vielleicht immer auf teams projiziert habe und das kann man auch genau für die ganze transformation halt münzen weil es hilft nichts die leute zu überfahren zu sagen wir machen eine agilie transformation bis dezember 20 22 sind wir durch dann haben wir alle rollen besetzt alle teams müssen laufen und so weiter vielleicht überfahren wir dann unsere kollegen unsere mitarbeiter und es geht gar nicht so schnell allerdings wenn es jetzt zu langsam machen wir sagen ja wir machen eine agilie transformation bis ende 20 30 sind wir fertig haben wir vielleicht auch zu wenig druck da drauf also wir müssen gucken was ist die geschwindigkeit und wir haben gefunden hier dieses prinzip mit dem sustainable development passt auch ganz genau nicht nur für ein team sondern vielleicht auch auf die transformation selbst gut schauen wir uns noch mal technische schulden an wer weiß nicht was technische schulden sind kein problem möchtest du uns ein kleines beispiel über technische schulden mal klären versuche mal eins aus dem software bereich ja gerne also nehmen wir an ich habe ein stück code oder legacy code was ich schon viele viele jahre habe was ich mit meinem team meinen kollegen schon viele jahre warte oder betreue und ich habe mich nicht richtig gut darum gekümmert das wird immer nur schnell gefixt hey jörg mach mal schnell muss in der stunde eingecheckt sein das zeug und ich mache das nicht sauber vielleicht nicht nach prinzipien die wir alle kennen und dann gibt es irgendwelche interface nach außen irgendwelche schnittstellen third parties die ich benutze und diese mittlerweile deprecated und der hersteller sagt ja kannst du noch nutzen aber keine garantie mehr solltest lieber upgraden ich mache das nicht dann wird ich wahrscheinlich an irgendeinem tag überrascht wenn zum beispiel dieser third party hersteller auf einmal funktioniert was nicht ich habe mich jahrelang nicht darum gekümmert es lief ja noch dann habe ich technische schulden über die zeit aufgebaut das heißt ich habe mich nicht damit befasst mein stück source code aktuell zu halten das wäre eine technische schuld jetzt auf dem software bereich gemünzt ja und hier um das noch mal zu münzen zu unserer reise mir einmal gesagt wenn jetzt mein chef morgen kommt hey du fährst jetzt übermorgen nach graz und ich habe technische schulden weil ich mich nicht darum gekümmert habe weil mein koffer das letzte mal kaputt gegangen ist ich habe da kein reisepass mehr gut den bräuchte jetzt gleich jetzt nicht unbedingt oder zum beispiel eine impfung weil ich nach indien fliege oder so wenn ich mich wenn ich diese sachen wenn ich die liegen lasse und mich nicht darum kümmer holt es mich dann im endeffekt irgendwann ein deswegen ist es eigentlich so wichtig dass man sich um technische schulden kümmert und dass das ein thema ist das man angehen muss weil das wird leider zu oft stiefmütterlich behandelt weil immer sagt nein prioritäten haben andere dinge hauptsache die features kommen raus und die teams haben keine zeit um technische schulden abzubauen und auch bei der transformation sollte man sich halt um gewisse sachen kümmern wenn wir jetzt sagen du hast auch freundes beispiel genannt haben wir haben ein unternehmen was traditionell aufgestellt ist wir haben gewisse rollen vielleicht haben wir projektmanager und dann kommt halt die agilie transformation jetzt haben wir das kann master und peos wir haben wie teilen wir das dann auf wenn man das jahrelang nebeneinander laufen lassen würde ich behaupten das ist auch so was wie technische schulden weil da gibt es vielleicht ein bisschen reiberei zwischen den rollen keiner hat geholfen ist aufzulösen auch was was wir vielleicht gleich angehen sollten ähnlich wie das stück source code dass wir auch warten sollten gut kommen wir jetzt noch mal zu unserem fazit was ist uns wichtig bei einer agilen reise also das empowerment was wir jetzt erstes genannt haben wir vielleicht vorher nicht so als wort gesagt haben was wir meinen ist halt die unterstützung von management von oben dass jemand sagt hey kamen schnapp dir ein paar teams agilisiert die macht es was brauchst du an unterstützung das war ein empowerment von oben das sagen wir das ist wichtig dann als zweites die agilen rollen wir haben es ja vorhin schon gesagt es ist echt oder ist es eigentlich haupt kontext dieser konferenz meiner meinung nach dass es sehr wichtig ist dass man agile coaches mit einbezieht bei der teamentwicklung bei der teambildung dass man die nicht voll vollendete tatsachen stellen und irgendwelche teams vielleicht im voraus bildet und dann erst mit einbezieht sondern dass man die von anfang an mit ins boot holt und dass man eben diese rollen auch besetzt also es ist ganz wichtig wenn man sagt okay man arbeitet nach irgendeinem framework oder nach einer methode dass man dann auch wirklich diese rollen hat dass man keine doppelbelegung macht dass ein scrum master gleichzeitig was ich product owner ist dass man diese fehler nicht macht das dritte ist das was wir gerade besprochen haben das nachhaltige tempo also bei der transformation vielleicht haben wir jetzt noch nicht erwähnt was man auch überlegen kann ist wenn man sich hilfe von außen holt wenn man jetzt sagt man müssen ein bisschen mehr gas geben wir haben aber nur die kamen und jörg vielleicht holen wir dann noch einen externen partner mit rein der uns unterstützt wenn wir eine agile transformation treiben wollen abkürzungen sind oft sackgassen wir haben gesagt abkürzungen sind für uns wenn man eben auch gewisse die events vielleicht verzichtet oder dass man sagt man verzichtet auf rollen wir halten sie für nicht sinnvoll deswegen sagen wir wenn dann wirklich sauber arbeiten und nicht irgendwie versuchen schon im voraus schon zu sagen ja da geht bestimmt was schneller dass man die agile transformation abschließen kann nicht aufgeben der change braucht zeit das heißt wenn ihr in sowas involviert seid es geht selten von anfang an alles glatt und rund bei der reise oder bei der transformation also nicht aufgeben habe viele male schon die zitate gehört das wichtigste die wichtigste eigenschaft von leuten die in der transformation stecken ist auch ein bisschen hartnäckigkeit von den coaches oder scrum master die uns unterstützen also bleibt dran wenn ihr sowas macht das dauert einen moment durchhalten ja und das letzte es ist eigentlich egal ob man sich an ein framework hält dass es schon gibt oder selber sich was zusammen bastelt es ist einfach nur wichtig dass man sich nachhaltig darum kümmert und dass man eben schaut funktioniert oder funktioniert was muss man anpassen was macht sinn für mich und was macht keinen sinn für mich dass man das eben immer reflektiert und noch mal studiert genau dann wollten wir euch fragen was ihr noch für fragen habt gibt gerne die hand wenn wir irgendwas beantworten können und dann dass man thomas das mikro bringen in vielen firmen jetzt agile transformation angehen passt ja die rollenverteilung nicht unbedingt zum klassischen scrum dazu ist es dann für euch auch eine abkürzung oder wie seht ihr das es ist auf jeden fall was was man beachten müsste du gehst also du sagst jetzt wir machen eine transformation es gibt schon rollen im unternehmen und jetzt kommt agil dazu so habe ich dich verstanden oder was war die abkürzung die du meinst wenn ich erkläre gerne noch mal ob ihr das auch als abkürzung ob ihr das auch als abkürzung sehen würdet so wie ihr gemeint habt man lasst zum beispiel eine rolle überhaupt ganz weg okay das ist eine super frage das heißt ich fasse die frage immer zusammen weil vielleicht war nicht alles im stream zu hören ist es eine abkürzung wenn ich kram arbeite oder nämlich im endeffekt genau die rollenwiese der scrum guide zum beispiel vorschlägt der po und der scrum master ich würde sagen das ist okay wenn man ein bisschen erfahrung hat also wenn ich ein team habe was neu anfängt vorhin hat mir ein vortrag im raum der hat immer das schuhari prinzip auch gezeigt das heißt wenn ich wirklich neu anfangen und habe neue leute in dem team und die sagen gleich wir lassen das weg machen das anders ist schwierig habe ich ein team was schon die kamen seit fünf jahren betreut und die sagen jetzt hey eigentlich das kann man auch weglassen kriegen wir auch so hin also wenn unser scrum master im urlaub ist brauchen wir keinen zweiten oder wir brauchen den nicht vollzeit das passt auch anders dann kann das team das sehr wohl anpassen das heißt ich würde es nicht als abkürzung sehen wenn das team erfahrung hat bei einer transformation so wie ich sie im kopf habe ich oft mit leuten zusammen die noch nicht so viel erfahrung haben und da würde ich am anfang sagen hey macht viel gerne nach dem lehrbuch oder wie es empfohlen wird und auch zusätzlich wenn jedem klar ist welche aufgaben erledigt werden müssen dass vielleicht eine rolle die bestimmt wer diese aufgabe tun hätten müssen dass auch jemand anders wo im unternehmen ist die eben macht auch wenn er kein scrum master ist aber wir brauchen vielleicht sowas ähnliches wo ein team vielleicht mal hilft zu moderieren dass er timebox arbeiten solche dinge wenn der netz gramm master heißen und irgendwie anders ist das auch okay aber die aufgaben müssen erledigt werden gibt es noch eine frage ach du hast du hast mich danke danke meine frage wäre ich glaube oder mein kommentar wäre er ich glaube es hängt ja auch stark von der unternehmens- oder teamgröße ab weil natürlich sind die ganzen rollen ist ideal szenario aber wenn es nur ganz kleines unternehmen oder kleines team oder zumal es gibt nur drei leute überhaupt in der entwicklung und das unternehmen weil es kostet ja viel der mitarbeiter und so kann sich das unternehmen vielleicht gar nicht leisten dann hat man vielleicht gar keine andere möglichkeit als dort abzuspecken bei die rollen das stimmt wenn man ein super kleines team hat danke für den kommentar finde ich ja genau wenn ich nur drei leute im team habe kann ich natürlich sagen eine ist gramm master eine po und eine entwickelt nur noch aber ob ich mir gefallen tue weiß ich nicht weiß ich nicht ja vielleicht müssen wir es ein bisschen aufteilen hast recht vielen dank hier vorne war noch eine frage zurück auf resenius medical care zurück gezeigt dass sehr viele verschiedene experten und viele verschiedene handwerken sind dann die teams nur in den handwerken oder habt ihr auch gemischte teams und wie geht man dann damit um mit leuten die ganz unterschiedliche aufgaben und fähigkeiten haben außer entwickeln willst du ja teilweise also sagen wir mal so in unserem konzern der ist recht groß ist die agilität unterschiedlich weit fortgeschritten wenn uns jetzt jemand fragt wie ich stelle mein team ideal auf würden wir immer sagen möglichst cross-funktional und nimm doch die hardware leute mit rein aber selbst das ist nicht einfach weil zum beispiel vielleicht haben wir zu wenig hydraulik ingenieure und die wir haben bisher drei teams betreut wie machen wir das jetzt dass der eine hydraulik ingenieur in den drei teams drin ist auch was wir immer versuchen und was wir zum teil auch haben nicht überall das ist soll cross-funktionalität sowohl auf team ebene oder auch team auf team ebene dass wir sagen da arbeiten die software mit den hardware leuten zusammen und sind halt so aufgestellt dass sie wirklich das produkt zusammen entwickeln können ohne schnittstellen nach außen zu haben ohne abhängigkeit nach außen genau wie macht man das am besten es dauert im moment auch die leute zu überzeugen dass das sinn macht weil oft heißt dann ja aber ich habe doch eigentlich mit denen gar nicht so viel zu tun aber wenn man sie mal zusammen in einem planungsmeeting steckt und sagt komm lass uns mal gucken was nach der zeit rauskommt gibt natürlich ein paar challenges weil oft ist die hardware entwicklung ein bisschen langfristiger und dann muss man gucken kann ich das kann machen kann ich das kram im selben zyklus machen oder brauche ich eine andere idee also da sind abkürzungen schwierig und man muss immer ein paar kompromisse eingehen und umso höher die transparenz ist umso leichter fällt es dann also was mir an erfahrungen mitnehmen können ist dass wenn man einen punkt schafft wo man eben alle mit ins boot wo man bekannt gibt was man die nächsten ob das jetzt drei monate sind oder die nächsten paar wochen erzählt was man vor hat als goal und eben jeden das auch wissen lässt dann schafft man einfach auch schon mal diesen weg dass sie wissen hey da kommt was und wir müssen in zukunft zusammenarbeiten dass einfach dieses diese transparenz geschaffen wird weil die ist immer noch nicht selbstverständlich in den unternehmen gut zwei fragen und dann da also danke für euren vortrag ich habe einfach jetzt die paradisischen zustände erwähnt wie schaut es bei fmc aus sind die schon da wie oder wie geht es euch damit Wir haben vorhin auch einen Vortrag gehabt, dass jeder so bei seiner agilen Reise an unterschiedlichen Punkten steht und so ist es bei Fresenius auch. Wir haben zum Beispiel Teams, wo in der Agilität schon mittlerweile sehr weit sind, wo sich auch schon wohlfühlen in diesem Environment, dann selber als Coach, dann sage ich, hey, man geht jetzt in die richtige Richtung. Und dann gibt es aber auch genauso, wie zum Beispiel Kollege von der A1 gesagt hat, diese Schattenwelten, wo man eben noch immer versucht, zum Beispiel über ein klassisches Projektmanagement Timelines hochzustülpen oder der Budgetprozess zum Beispiel solche Dinge. Also da ist man genauso wie, ich glaube, hier in jedem anderen Unternehmen noch wirklich auf der Reise und man versucht, da halt in jeder Schraube zu drehen und das große Ganze irgendwann mal zum Bewegen zu bringen. Bei uns sind es verschiedene Units und verschiedene auch regionale Dinge. Wir haben viel mit chinesischen oder US-Kollegen auch zu tun. Auch diese Sachen sind dann immer unterschiedlich. Wie weit ist man da? Wie gut klappt das, wenn man was einführt? Ist sehr divers, sagen wir mal, wie weit wir sind. Aber als Unternehmensziel ist es zumindest gegeben, dass man in diese Richtung möchte. Ja, und einiges funktioniert gut, würde ich dir Kamen auf jeden Fall recht geben. Einiges ist richtig gut und macht auch Spaß, das zu betreuen, sagen wir mal. Ja. Danke schön. Ich möchte auch sagen, vielen Dank für den Vortrag, für den sehr interessanten. Ich glaube, ein bisschen was von meiner Frage ist möglicherweise jetzt eh schon beantwortet worden. Also bei mir ist zumindest der Eindruck entstanden, dass ihr eigentlich schon recht schrittsicher, sage ich jetzt mal, auf dem agilen Weg angekommen seid. Und mich würde es eigentlich interessieren, ob es auch eure Wahrnehmung ist, beziehungsweise einfach, welche aktuellen Herausforderungen für euch aktuell noch da sind oder im Rahmen stehen. Also ich würde auch sagen, da ist schon ein Stück Weg gegangen und die Herausforderung ist vielleicht auch, zum Beispiel, wenn man intern nicht die perfekte Anzahl an Coaches hat. Wir hatten ein großes Unternehmen und da gibt es einen Bereich und dann heißt es dann zum Beispiel, ja, die Kamen unterstützt den Bereich und der Bereich ist toll. Und dann kommen die anderen her und sagen, boah, haben wir nicht auch einen Coach? Wie sieht es denn da aus? Vielleicht hat einer mehr Budget und kauft sich die Kamen ein, weil er so super Erfahrungen mit ihr gemacht hat und die betreut, keine Ahnung, drei, vier, fünf Teams dort. Und der nächste Bereich sagt, ja, aber ich hätte auch gerne einen Coach. Und dann müssen wir erst sagen, was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich, vielleicht kann der Jörg mal kurz gucken. Und das ist vielleicht manchmal eine Challenge zu gucken, wo hole ich mir externe Unterstützung, wo baue ich intern Leute auf? Wie mache ich das vielleicht am besten? Weil ich kenne kein Unternehmen, die eher zu viele Coaches haben. Ich kenne immer nur Unternehmen, die eher zu wenige Coaches haben. Vielleicht habe ich da Pech oder vielleicht ist das auch eure Erfahrung. Wir haben eine Frage. Gut, es gibt eine Frage aus dem Chat, die würde ich einfach mal vorlesen. Was sind aus eurer Erfahrung, rückwirkend betrachtet, die schlimmsten Abkürzungen in der selbstbegegneten Zeit und unbedingt vermieden werden sollten? Also ich sage es für mich, eben auf agilen Rollen zu verzichten, dass sozusagen, dass man gar nicht sagt, okay, zum Beispiel das Product Owner hat kein Product Ownership. Also der kann nicht entscheiden über seinen Backlog. Letztendlich sagt man, hey, das Team, ihr arbeitet mit dem Product Owner zusammen. Der Product Owner priorisiert das und letztendlich kommt ein Produktmanager oben drüber und überstimmt immer den Product Owner. Das bringt halt gar nichts. Also wenn ich halt Rollen einführe und den Leuten suggeriere, dass sie jetzt das Empowerment haben, mit dem Team zu arbeiten, aber letztendlich dieses alte Mindset sich nicht ändert und dass ich immer noch von oben herunter bestimmen will. Also das ist für mich so das Schlimmste, was eigentlich passieren kann. Das ist für mich. Gut, dann noch eine zweite Frage aus dem Chat. Ihr arbeitet in einer hochregulierten Umgebung. Also wie geht ihr damit um? Und wie gut kann man da auch agil arbeiten? Super Frage. Das heißt, das Regulierte packt uns ja noch was oben mit drauf, was wir auf jeden Fall mit abdecken müssen. Und kamen wir vorhin zwischendurch mal SOP genannt, Standard Operating Procedure. Also die Firmen, die reguliert arbeiten, haben oft eigene Normen oder die haben nochmal ein Dokument, was es hilft, wie man die Normen abdeckt. Es ist auf jeden Fall eine Challenge, das zu tun. Es ist auch eine Challenge vielleicht aus dem Traditionellen, hat man das eher meilensteinbasiert gemacht, wie man es im Agilen umsetzt. Und ich würde auch sagen, da sind wir auch dran. Das ist ein Thema, wo wir dran arbeiten. Das Regulierte, mit dem Agilen zu verheiraten, das geht, ist ein bisschen Arbeit und dauert einen Moment. Letztendlich macht man das wie bei einem normalen Prozess, den man erfüllen muss. Man schaut sich den Prozess an und dann guckt man, wie man eigentlich mit dieser agilen Methode das eigentlich beantworten kann und wie, dass ich mich nicht komplett schneide. Also letztendlich, eine Regulare gibt dir was vor, was du letztendlich liefern sollst unter gewissen Rahmenbedingungen. Und dann schaust du eigentlich, wie du das mit deinem Environment schaffen kannst. Und das geht eben auch in der agilen Welt. So, ich glaube, das war die letzte Frage, Thomas, oder, die wir genommen haben? Im Chat ist nichts mehr. Ich denke, hier ist ein recht weit fortgeschritten, auch mit der Zeit. Gut, dann gehen wir noch kurz aus regulaturschen Gründen unsere Quellenverzeichnis. Und ja, das war's von uns. Danke. Danke. Danke.